Die internationale Finanz, sie blieb brutal rücksichtslos, sie presste unser Volk aus, soweit sie konnte. Die Staatsmänner der alliierten Nationen, sie blieben hartherzig, im Gegenteil, man sagte damals ganz eiskalt, dass wir 20 Millionen Deutsche zu viel seien. 1939 haben nun diese Westmächte die Maske fallen lassen. Sie haben Deutschland die Kriegserklärungen geschickt, trotz all unserer Versuche, trotz unserem Entgegenkommen. Sie geben es heute ganz uns in ihr selber zu. Jawohl! Polen hätte wahrscheinlich eingewildigt, aber das wollten wir nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020